Mahlzeit, meine Damen und Herren. Wir sind immer noch in der City, auf dem Dach und wir müssen Fragen stellen. Erschüttete Ausmaße. Wagner will, dass ich dich daran erinnere, dass du Gegner nicht nur mit dem Krieger Druckgranaten, sondern auch durch möglichst viel Schaden in einer kurzen Zeitspanne betäuben kannst. Mit deinem nächsten Auftritt wirst du verschiedene Methoden zum Erreichen des Ziels ausgiebig testen können. Was liegt hier eigentlich rum? Boah, was ist ein Müllhaufen oder was? Klar. Klar, logisch guckst du durch. Hey, Romer. Ja, komme. Ich habe ein Projekt für dich. Besiegegegner. Okay, warum, weshalb, wieso? Was ist der Grund? Haben wir eigentlich mit dem da vorne geredet? Ich weiß, du bist ein bisschen quiet around der Boss, Lady Romer. Du meinst, nach der Briefing? Ich hatte nichts zu sagen, das all. Really? Das Flawless skinn von hers? Ich weiß, es ist verrückt, aber manchmal kann ich mich nicht helfen. Oh, komm, Romer. Tell me, ich bin falsch. Well, wir sind nicht, äh, compatibel. Please, there is such a thing as an emotional relationship, you know. Your future clones can do the nasty. You were in a hot dog, Agnes. Thank you, Romer. Genau, du bist schon ziemlich schräg. Äh, da geht's nicht lang. Da hinten, haben wir alles? Steht da noch jemand? Nein. Da unten stehen sie aber noch. Da müssen wir definitiv hin. Romer, komm hier. Ich habe einen Job für dich. Search and Destroy. Da wir immer mehr Gegner am Himmel erleben, hat Redzegg deinen Graph Cycle mit einem neuen Spielzeug ausgerüstet. Suche Raketen verleihen dir beim Begegnen mit deiner fliegenden Kollegen einen Vorteil. Und wenn du gerade keine herumsaust, kannst du damit Ziele am Boden beschießen. Macht beides gleich viel Spaß. Later. Ja, das ist richtig groß hier. No offense, mate, but what kind of name is CXO2? Are you really in a position to judge? It's the name I took. Where I grew up, neighborhood thugs tried to intimidate you by calling out your apartment number. Yeah, well, but don't suppose much intimidates you now. No. Zimmer Nummer 602. Okay. Noch jemand zum Reden? Das war's. Dann ab in die Mission. So, Crew. Wir machen wieder ein Upgrade der Chips. Sehr schön. Alles klar. Crew ist geupdatet. Auf die Straße, erschütternde Ausmaße suchen und zerstören. Der Schachzug. No? This is the Sang-Fua Center for Public Health and Safety. That is where 602 hid the architect's head. He's funnier than he looks. And this? The old smuggling tunnels that run underneath. See? This is how I'll get the head and get out. Oh, that easy, huh? It looks like a mess down there. Just be there when I resurface. I don't see a better option. So, which grav cycle am I taking? The light. Wait a second. You're cool with that? Yeah, you're gonna need all the help you can get. I'll go find some trouble. That's a touchy throttle. That's our building, folks. Ah, how does that look? Ah, how does that look look like that? What is that? That's where all the public records were kept, before, you know, the clouds were opened. Here he's fallen. Ready to get back to the mission, guys? Find Koki's access points so we can retrieve the head and we can all go home. Ach, look at this. Good idea. That's a ship. Is that still floating? Or are we? No, that's we. Okay. What? Warte mal, Runa. Was? Wo? Da. Copy, yeah, Mike. Was grünes eben? Copy. Oh, die wäre doch fix rot vorne. Skill ist, wenn man trotzdem durchfliegen kann, oder? Komm, da hoch. Houston, das funktioniert nicht. Hier habt ihr was vergessen. M7 Nachttiger. Nachttiger. So, was haben wir noch? Ist das hier irgendwie was? Das sind auch alles Aufzüge. Hier bleibt man da hinten. Das sind alles Aufzüge für irgendwas. Genau, ihr kommt mal schön mit mir. So, hier ist noch was. Yeah. Guck mal hier, wie sie sich hierhin verstecken, ey. Nein, nein, nein. Ihr bleibt da. Oh, kommen wir da weiter? Ja. Ich komme hier weiter. Wir lassen das noch. Missionsbereich wird verlassen. Oh. Entschuldigt. Aber es war gerade so interessant. Haben wir hier noch was? Da hängt es noch aus. Ja, sicher. Könnt ihr bestimmt hin, oder? Habt ihr da was gefunden? Er scheint nicht so. Na gut. Da dürfen wir noch nicht hin. Aua. Habt ihr alles? Nice. Genau, da dürfen wir noch nicht hin. Rundreise so ein bisschen hier. Got it. Okay. Habt ihr alles? Sehr schön. So, wir müssen jetzt gucken, wie wir das da drüben aufkriegen. Roger. Mach mal auf. Gucken wir, ob das passiert. All right, mi gente. I won't be long. Keep him busy up here. Oh, we got you covered. Können wir da runter? He's come out of one piece, little hero. Hey, be safe. He's on his way, boss. Good. Time to create a distraction. Let the mayhem begin. Oh, shit. Oh, shit. Can't do it. I'm taking them out. You got it. You got it. Die Waffe ist cool. Besonders das schnelle Umschalten gefällt mir. Aua. Oh, das Nachladen dort war lang. Weg da. Nice catch. So, halt, 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 halt. Wir sind noch nicht so weit. Wir wollen uns erst noch mal angucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Aber es ist alles auf rot. Oh, es fragt, wo wurde wir in der großen Bürgerrechtszeit, naja, und benannt nachher. Okay. Was ist da los? Was ist da hinten los? Was? Machen wir doch gleich mal platt. Waren wir hier nicht zu viert? Waren wir hier nicht zu viert? Oh, ja. Huch? Was ist das für ein Riesenvieh? Will do. Was ist das? Sieht so aus, als hätte man den vergessen. Sieht so aus, als hätte man den vergessen. Elektro-Pick-Up. Ah, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist eine Schwebebahn, wo wir nicht drauf können aufs Dach. Das ist mir schon mal eben passiert. Umschalten, loslegen, kaputt machen. Wir sind bereit für einen zweiten Hilfe. Wir haben mehr in den kommen. Boah, läuft er mir genau in die Fresse. Boah, läuft er mir genau in die Fresse. Boah, läuft er mir genau in die Fresse. Was ist das alles, ihr habt? Boah, läuft das. Oh, wieder ein Chip gefunden, das ist gut. So, voll aufgeladen. Ah, warte mal, hier, da sind noch so Sachen, die kaputt machen müssen. Na ja, okay, ihr geht da hin. Wir machen das nochmal kaputt. Lauter Energiezellen, man weiß nie, wozu die nicht gut sind später. Aber es gefällt mir hier schon mal sehr, sehr gut. Oh, guck mal, da hinten geht es los. Seid ihr schon da? Können wir loslegen? Gleich, ne? Guck mal, da hinten. Ja. Ja, sehr geil. Granate aufs Dach und Feierabend gewesen. So, müssen wir mal schnell gucken, was da hinten noch ab war. Jungs. Ja. Ow. Hey, yo, taking fire. Ow. Au! Der Gott. Ist ja noch so ein fies und riesen Ding. Habt ihr alles? Sehr gut. So, hier. Focusing. You got it. Schöne drüben bleiben. We'll need to take care of that if you want to keep your weapons online. So. Meine Waffen sind im Arsch? Nein! Sie sind wieder deaktiviert. Alles klar, dann kommt rüber. Okay. Aufmachen. Die Waffen sind wieder deaktiviert. Die Waffen sind wieder deaktiviert. Will do. Ja, sicher. Komm, die kriegt ihr. Die Waffen sind wieder deaktiviert. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Die Waffen sind wieder deaktiviert. Die Waffen sind wieder deaktiviert. Die Waffen sind wieder deaktiviert. Also, die Waffen sind wieder deaktiviert. Okay, sehr gut. Ah! Das hier? Ne, das hier. Ne, auch nicht. Okay, ich kann's noch nicht. Den Störsender können wir noch nicht? Doch, den Störsender können wir jetzt ändern, sehr gut. Erst wenn der Störsender soweit ist, dann können wir ihn loslegen. Der Störsender ist größer und größer. Geh auf und weg! Stätis verbessert! Stätis verbessert! Oh, oh! So nice! Ja! You got it. Will do. So, ihr seid alle fit, das ist schön, das ist wunderbar. Okay. Okay. Vier Chips haben wir gefunden, das ist gut, das ist geil. Da geht es nicht weiter. Die Sachen machen wir alle kaputt. Yep. Da können wir raus. Das sind viele Sachen, wo wir raus können, Theopraktisch. Aber das können wir doch nicht abschießen. Das ist noch auf der anderen Seite. Ich sehe außerdem keinen Stromanschluss, Stromzulauf. Dann sehe ich den hier bestimmt auch nicht. Äh, falsche Aker. Wo wollte ich denn hin? Was? Wo? Oh, legt schon wieder. Was ist denn? Wo ist es denn? Da ist es. Was? 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 Ich commarrt mal das Ding hier fit?! Weil sonst... Seid ihr dem Schrad am Arsch? Weil ich wusste es. Was ist denn?" Na komm. Yes So, wir brauchen aber erst einmal Leben, meine Damen und Herren Ihr ladet euch jetzt erstmal auf Das ist gar nicht so schlecht texturiert Die haben sich doch schon ganz einfallen lassen Sieht cool aus Follower your flares We're prepared for this scenario There are several other access hatches in your sector Koki, can you get to the surface? If that I can do We'll find you Will do Alles klar Ich würde sagen, dann gehen wir hier vorne vor He 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 Einmal aufmachen bitte Now you sure you know which way is up Yes Doyle And I've made it to a hatch But it's locked So you can disregard the one I entered Utility access GL-24 is a no Let's find another Too easy Warming up Maybe he could ask the architect's head if it knows where it is It's great that you found a sense of humor segwin But maybe better timing Utility access GL-22 No Water white Es sieht auf alle Fälle sehr, sehr schick aus, was sie hier gebaut haben Da ist was So eins haben wir noch Doch Doch Okay Wir haben jetzt bis jetzt alle Alle gegrillt I am about to lose my cool You're not the only one Doyle GL Yeah, yeah, we know segwin Don't you shout at me All right Next hatch Koki Is it wet or dry where you are? Is it flooded? Up to my knees Why? Oh, guys We're looking in the wrong place I gotta find another way out of here Dry as a bone Dammit I'm gonna throttle that guy Furz trocken Hey, I'm out The signal was right I'm down by the water Do you see my flare? Do you see my flare? Gibt ja gleich flare Keine chips? Ah, verdammt No one's left Did he end up all the way over there? We see it No one's close So hang tight We're coming to you Okay I kinda hope those graph cycles I saw were you guys I guess the sharks are circling, my friends Stay out of sight, you fool It's a little late for that, brother Making a run for it You can do this, Boki You can do what? What do you know? It's Black Shuck If this is about the damage we did to your cloud No? Well, trust me You don't want this dusty old brain can I just carry it around for luck Your friend is out of luck I'm sorry, Agnes Oh, oh What the hell just happened? Der Lustigste muss gehen, oder was? Geht immer gar nicht Doch, weil wir so lange gebraucht haben Glaube ich nicht Das ist Black Shuck Er hat die Hände Du bist unser bester Pilot, Romer Stopp ihn Do what you have to, Romer We'll catch up when we can Okay, er ist auf aller Fälle da drüben I'll see you Wir haben nicht geladen, aber jetzt. So wie es aussieht, sind wir jetzt alleine gerade? So, beides nachfüllen, das ist nicht fair. So, es geht. So, es geht. So ist er. Da ist er nicht. So ist er wieder am Anfang. So ist er. So ist er. So ist er. So ist er. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schuck, come out with the head or we'll blast you out Don't be rash, Roamer You wouldn't dare lose this beguiling artifact, would you? I guess we'll see And you don't know what dangers await you in the darkness Eradicate these roaches But soon Why are you talking with him? No, Goyle, he has the head Exactly That's how you pull a snake from its hole There's your precious head Let me show you a real weapon That head is useless without me Someone who knows how to exploit its knowledge Codes for the head, of course Not enough, Schuck How about the cloud? Release me And I'll tell you The cloud and the codes Or you die I accept Doyle He lives Touch me again, you halfwit son of a crooked cop And you'll lose what brain you have left Ja Sehr gut What? He'll live Genau Oberkörper funktioniert ja noch Oberkörper funktioniert ja noch So wie es ist Und damit verabschieden wir uns Auch schon wieder aus dieser Mittagspause Wir sehen uns morgen am Mittwoch Das nächste Mal wieder Mal Zeit